Herzlich Willkommen in der neuen Servicewelt von Hefele bei ServicePlus. Warum ServicePlus? Wir haben unseren Kunden zugehört und gelernt, dass sie sich Dienstleistungen wünschen, die ihren beruflichen Alltag spürbar erleichtern. Zusätzlich zu den Hefele-Standardservices wie beispielsweise die Detailzeichnungen im Katalog der Große Hefele, CAD-Daten im Hefele-Online-Shop oder eine schnelle und zuverlässige Lieferung. Deshalb haben wir nun das ServicePlus-Angebot entwickelt, das sich je nach Ihrem Bedarf in Ihren Betriebsablauf integriert, wie ein zusätzliches Mitglied in Ihrem Team. Haben Sie das Wissen und die Zeit, machen Sie alles selbst. Falls nicht, holen Sie sich bei uns tatkräftige Unterstützung. Und damit der neue Service ein Gesicht bekommt, möchte ich Ihnen zu guter Letzt den Chef von ServicePlus vorstellen. Er organisiert alles im Hintergrund und ist zur Stelle, wenn Sie ihn brauchen, als Teil Ihres Teams. Er wird sich selbst vorstellen, genauso wie seine ersten Services. Viel Spaß mit Ihnen. Danke. Sehr nett, Frau Thierer. Tja, dann übernehme ich das hier mal. Und werde Ihnen das Thema ServicePlus etwas näher vorstellen. Wie Sie gleich sehen werden, haben wir unsere Plus-Services in vier Bereiche entlang Ihres Arbeitsprozesses eingeteilt. Das heißt, von der Ideenfindung über Planung und Produktion hin zur Montage. Also, los geht's. Hier im Bereich ServicePlus Wissen geht es um Inspiration. Und wie der Name schon sagt, um die Vermittlung von Fachwissen. Schnell, effizient und professionell aufbereitet von unseren Häfele-Experten. Stichwort Häfele-Akademie. Oder Sie erfahren, wie sich durch den Einsatz neuer Technologien neue Chancen eröffnen. Motto, fit für die Zukunft. Was genau dahinter steckt, erklärt Ihnen Herr Kohler. Danke. Das übernehme ich gerne. Ich möchte Ihnen hier speziell die Lichtseminare unserer Häfele-Akademie etwas näher vorstellen. Licht ist inzwischen nicht nur ein fester Bestandteil im Möbelbau. Licht im Möbel kann auch einen wichtigen Beitrag zur Raumatmosphäre leisten oder sogar integraler Bestandteil einer Raumsteuerung sein. Wie man Licht gewinnbringend einsetzt, installiert und vernetzt, das erfahren Sie in unseren Lichtseminaren. Diese sind gezielt auf die Bedürfnisse von Schreinern und Tischlern zugeschnitten und mit einem hohen Praxisanteil versehen. Geeignet sowohl für Einsteiger als auch für Profis, die noch einen Schritt weiter kommen wollen. Alle Informationen zur Häfele-Akademie finden Sie auf unserer Website. Willkommen bei Service Plus Planung. Hier unterstützen wir Sie bei Ihrer individuellen Planung, vor allem im Bereich Licht. Sie schicken uns Ihre Ideen und unsere Experten machen den Rest. Motto Ideen schneller umsetzen. Und jetzt stellt Ihnen Herr Ohmhäuser noch einen ganz besonderen Service vor. Ihre Bühne, Herr Ohmhäuser. Ja, in der Tat. Mit unserer Yes-Software planen, visualisieren und verkaufen Sie Raum, Möbel und Lichtlösungen so schnell und emotional wie noch nie zuvor. Materialien und Licht erscheinen höchst realistisch. Dreh-, Schiebetüren oder auch Klappen lassen sich in Echtzeit öffnen und schließen. Lassen Sie Ihren Kunden die Planung in 3D am Desktop oder als besonderes Highlight in der virtuellen Realität begehen, mit ihr interagieren und sie erleben. Mit Yes sagen Ihre Kunden schneller Ja und Sie beschleunigen ihren Beratungs- und Verkaufsprozess. Vereinbaren Sie gerne mit Ihrem Fachberater eine unverbindliche Demonstration der beeindruckenden Möglichkeiten der Yes-Software. Zeitsparen ist die Devise bei ServicePlus maßgeschneidert. Was man nicht selbst bauen oder montieren muss, das spart Zeit. Genau das ist die Idee von ServicePlus maßgeschneidert. Hier geht es um fix und fertig konfigurierte Komponenten, die wir nach Ihren Vorgaben individuell für Sie zusammenstellen und montieren. Schon ab Stückzahl 1. Motto? Auslagern statt selber machen. Über die aktuell verfügbaren Services informiert Sie Frau Hinderjock nun etwas detaillierter. Tja dann, wir liefern Ihnen nicht nur vormontierte Komplettschubkästen in nahezu allen denkbaren Ausführungen, sondern auch dazu passende Lackfronten. Ganz individuell für Ihre Küche. Aus Stahl, Massivholz oder MDF. Und das in handwerklich perfekter Qualität. Präzise nach Ihren Vorgaben. Das gilt auch für unsere Lux Linearleuchten. Die Kombination aus LED-Bändern und Design-Aluminium-Profilen. Ebenfalls in gewohnter Hefele-Qualität. Sie entscheiden selbst, wie Ihre Leuchte am Ende aussieht. Dadurch haben Sie weniger Arbeitsaufwand und sparen zudem die Lagerkosten der Einzelkomponenten. Das Beste, das alles funktioniert bereits ab Stückzahl 1. Komplett Schubkasten und Linearleuchten konfigurieren Sie ganz bequem online. Und den Rest machen wir für Sie als Teil Ihres Teams. Unser Motto bei Service plus Assist, beim Kunden alles im grünen Bereich. Hier unterstützen wir Sie mit Montage- und Installationsplänen, bei der Inbetriebnahme von Lichtsteuerungen oder bei der Wartung unseres Dialog-Schließsystems. Aber dazu kann Ihnen Frau Jumotaci ein bisschen mehr sagen. Okay, gerne. Bei elektronischen Schließsystemen, zum Beispiel in Hotels, ist die permanente Funktionssicherheit und Verfügbarkeit ein wesentlicher Faktor. Deshalb haben wir für unser Dialog-System maßgeschneiderte Wartungspakete geschnürt, von der präventiven Vor-Ort-Wartung bis zum Rundum-die-Uhr-Service an sieben Tagen der Woche. Ein weltweites Netzwerk aus Dialog-Experten steht parat, damit ein reibungsloser Betrieb der Anlagen jederzeit gewährleistet ist, damit Sie und Ihre Kunden dementsprechend sorglos schlafen können. Dieses Rundum-Sorglos-Paket lässt sich übrigens auch auf Ihre mit Hefele-Produkten ausgestatteten Lichtlösungen ausweiten, damit Sie bei Ihren Kunden immer im richtigen Licht stehen. So, jetzt haben Sie einen ersten Überblick, was sich hinter ServicePlus verbirgt. Ein Konzept, das Ihnen helfen soll, Prozesse effizienter zu gestalten und sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Und Sie sollen vor allem eins gewinnen. Zeit! Wir würden uns freuen, Teil Ihres Teams zu sein. Lassen Sie uns die aktuellen Herausforderungen gemeinsam anpacken. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!